Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest. Er richtet einen Rückenkopf anzunehmen, beiunter Offizier Elkmar in Földun, an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Ist die Folge Quest von Hafenrundfahrt. Wie ihr seht, befinde ich mich hier in einem Gebäude. Das zeige ich euch. Nochmal im App. Nun darf ich hier nach oben laufen und hier dieses Banner der Allianz anklicken. So, Quest ist dann abzugeben, bei Halford Grünban in Földun. An dieser Position. Hoffe ich sehr, ich konnte euch helfen. Ciao! 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 Ciao!